In einer bemerkenswerten Bekanntgabe hat der Geschäftsführer von Gladbach, Roland Wirkus, klargestellt, dass die Verpflichtung eines weiteren Stürmers bevorsteht, um Thomas Quankara zu unterstützen. Doch wer wird dieser Spieler sein? Spannende Neuigkeiten warten darauf, enthüllt zu werden. Bevor Sie tiefer in diese Entwicklung eintauchen, empfehle ich Ihnen, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um stets auf dem Laufenden über die Transferaktivitäten von Gladbach zu bleiben. Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen gibt es einen Transferhinweis aus Italien in Richtung Borussia Mönchengladbach. Dieses Mal dreht es sich um einen vielversprechenden Spieler aus der U-Nationalmannschaft. Der Name Giulio Doraziotto ist in Gladbach in aller Munde. Der junge Akteur, der derzeit bei Juventus unter Vertrag steht, hat das Interesse der Verantwortlichen geweckt. In der vergangenen Saison war der 19-jährige Doraziotto ein fester Bestandteil des un-19-jährige Teams von Juventus. Laut Informationen des Juventus-Reporters Romeo Agresti von Goal Italia sowie des Portals Il Bianconero haben sich nicht nur die Fühler aus Mönchengladbach nach Doraziotto's Diensten ausgestreckt. Auch Hertha BSC, das in die Bundesliga abgestiegen ist, hat ein Auge auf den talentierten Spieler geworfen. Nun bleibt abzuwarten, ob Wirkus die richtigen Schritte setzen kann, um die Verpflichtung dieses vielversprechenden Spielers zu realisieren. Die Frage stellt sich, wird Gladbach die Konkurrenz übertrumpfen können? Ein interessanter Transferpoker bahnt sich an. Und was denken Sie, liebe Zuschauer und Fans? Könnte Giulio Doraziotto eine Bereicherung für das Team sein? Teilen Sie Ihre Meinung gerne in den Kommentaren mit. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Bleiben Sie dran, denn die nächsten Nachrichten sind bereits in Sichtweite.